Und herzlich willkommen zu Harry Potter, Part Nummer 10. Ich bin Foxy und wir gehen jetzt in den zweiten Film rein. Wir gehen in das zweite Jahr. Die Kammer des Schreckens. Ich bin Foxy und ich bin Foxy und ich bin Foxy. Ich bin Foxy. Hey, der hat du gesagt. Hey. 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 Oh mein Gott, da ist noch eine goldene Eule. Müssen wir reparieren? Das macht doch kein Zwein hier. Ich komm hoch. Und der Schwerste läuft hier. Wahrscheinlich müssen wir geschirps. Wahrscheinlich müssen wir geschirps. Oh mein Gott, das macht von alleine. Oh, das ist sowas, die ich auch zuhause haben. Das wird geil. Sogar Tisch haben wir gedeckt. Da ist noch mehr. Irgendwas rumpelt hier doch. Was ist dein genie? Oh, das ist dein genie? Ja weil ich nicht sehen kann. Das geht ja auch. Das geht. Oh, wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön. Hey, jetzt sind wir zu dritt. Was müssen wir machen? Essen? Kochen? Keine Ahnung. Was ist denn hier? Ich verstehe es nicht ganz. Ach so. Danke, dass mir sowas gegen den Kopf währt. Oh, come on. Feuer. Grün, ich feier. Oh. So, wir gehen jetzt in die Winkelgasse. Tschüss. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das wird angegossen. Gott, was können wir hier machen? Ich erkenne... Keine Sinn hier drauf. Jetzt sind sie oder was? Oh yeah! Hier kann man hier durchgeputzt werden. Hier ist ja total dreckig hier. Ich glaube, es ist ja alles. Ich glaube, es ist ja alles. Aber kann er nicht zaubern. Oh Das ist nicht so schwierig, ich bin wieder. Luft! Was machen die Schäle da? Maximum! Können die platzen? Was? Oh, misere ich mich. Oh, du! Was? 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 Geheim, geheim, geheim? Okay, good. Dark Wars. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Check your mark. Oh, okay. Oh, okay. Hier, nehm der Schwer von Excalibur. Really? Danke. Danke! Danke für den Key! Danke für den Schlüssel! Danke für den Schlüssel! Danke für den Schlüssel! Warum nimmst du denn hier einfach auf? Raus hier! Los! Öffne die Tür! Für einen! Ich will hier raus! Oh Gott! Oh mein Gott, da ist Raider! Da kannst du ziehen, Hegward! Da kannst du ziehen dran! Oh, die Barriere ist offen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich habe hier! Auf понял, da ist ein Vern Oh Gott! Oh Gott! Holy-Potter, Blu-Vuuu! Wir haben jetzt hier Blu-Vuuu! Blu-Vuuu! Was blüht denn da? Wie ist das? Sehr gut, Locke. Oh, Level Up ist los, ne? Oh, Level Up ist los, ne? Oh, Level Up ist los, ne? Oh, da Panhof. Oh, Level Up ist los, ne? Haha. So, wassap, den ich sie, ne? Ja, ne? Tschüss, Auto. Auch. Gut, wir sind im Schloss. Ich würde mal sagen, das war Part Nummero 10 von Lego Harry Potter. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.